Dieses Ereignis wird Ihnen präsentiert von Röttelspeyers Rückskompost. Sie geht, die Gestalt. Sie tanzt, sie ist Mann, Frau, furchterregend toll. Sie ist er, er ist sie. Es ist der fabelhafte Dieb. Sehr verehrte Alle, dies hier ist ein Rollenspiel. Ich, die Katze und Sie, die Maus. Ich nehme Ihre schnöde Zeit und verwandle Sie in Heiterkeit. Ich, die Sei, die imitate, lassen Sie in Heiterkeit. Sie ist er, er ist sie. Sie ist er, er ist sie. Vielen Dank.